Der kalte Wind pfeift durch die engen Gassen von Hamburg, als ich, Oliver Winter, Kommissar der Hamburger Polizei für ungewöhnliche Fälle, durch die düsteren Straßen des Künstlerviertels Schattenmeer eile. Der Kragen meines Trenchcoats steht hoch, um mich vor der eisigen Brise zu schützen. Ein Bote hastet mir entgegen, reicht mir eine Botschaft von Max Stein, meinem Kollegen. Die Worte sind eilig in das Papier geschrieben. Oliver, sofort hierher kommen, Ungeheuerliches entdeckt, Monster aus Cthulhu-Mythos. Ein Schaudern durchfährt mich, als ich die Nachricht lese. Ein Monster in Hamburg? Das kann doch nicht wahr sein. Ich mache mich auf den Weg zum Tatort. Die Straßen von Schattenmeer vor mir, eine Welt voller Dunkelheit und Mysterien. Das Künstlerviertel erstreckt sich vor mir wie ein unredringliches Labyrinth. Zwischen den alten Laternen und den schäbigen Galerien verliere ich mich fast in den schmalen Gassen. Als ich den Hinterhof erreiche, wo das Grauen auf mich wartet, spüre ich, wie die Spannung in der Luft liegt. Das gedämpfte Licht der Gaslaternen wirft unheilvolle Schatten, während der Anblick des verstümmelten Opfers meine Entschlossenheit stärkt, diesem Albtraum auf den Grund zu gehen. Max' Worte heilen in meinem Kopf wieder, als ich mich dem Rätsel stelle. Die Straßen von Hamburg in den 1920er Jahren bergen mehr als meine Vernunft fassen kann. Die Wahrheit liegt irgendwo in den Schatten und ich bin fest entschlossen, sie ans Licht zu zerren. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jahre 2024 von euren Dysonauts. Und ich begrüße an meiner Seite heute erstmal den Phil. Moin Phil. Ein frohes und gesundes neues Jahr an alle da draußen. Moin Piwi. Ja, moin. Und auch von mir ein frohes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in dieses neue Jahr und habt einen dicken, fetten, roten Haken auf eurem Kalender drauf gemacht, wo im Prinzip der 31.12.2023 stand. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den habt ihr schon mal bei uns im Podcast gehört. Das ist der liebe André von Phantasmus Tabletop. Hallo André, grüß dich. Ja, moin moin zusammen. Und auch von meiner Seite ein frohes neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich glaube, es war für alle verregnet und es war verstürmt, glaube ich. Also ich kenne, glaube ich, keinen aus meiner Bubble, der irgendwie gesagt hat von wegen so, ey, Silvester war so geil und wir konnten unter sterbenklaren Himmel ohne irgendwelche Einschränkungen, was Regen bedeutet, irgendwie feiern. Also von daher, ich glaube, es war überall scheiße. Ja, höchstens außer Landes, ne? Ja, so auf Mauritius, ne? Wovon wir jetzt natürlich auch dann unsere Folge senden, weil wir sind ja so reich als Podcaster, dass wir uns dann mittlerweile Studios auf Mauritius leisten können, ne? Hashtag Influencer Life. Wie geht's dir gerade in Neuseeland da unten? Wie bist du jetzt gerade zu... Ich liege auf dem Sofa und genieße die Aussicht. Ja, ich kann's mir vorstellen, ich kann's mir vorstellen. André, du bist heute hier zu uns gekommen, weil du mit deinem Spiel Bloody Kisses ja schon mal hier gewesen bist. Und jetzt hast du ja, das heißt jetzt, aber du hast noch ein zweites Spiel ja rausgebracht, das nennt sich Tor zur Welt. Und darüber sprechen wir heute. Und die erste Frage, die ich an dich habe, wie weit bist du in den Cthulhu-Mythos abgetaucht für dieses Spiel? Ähm, also da bin ich tatsächlich ganz, ganz tief abgetaucht. Ich guck mal jetzt so rechts in mein Bücherregal, seh da einmal das Komplett-Kompendium von H.P. Lovecraft. Das ist ja der Autor und Erfinder quasi, sag ich mal, des Cthulhu-Mythos plus sämtliche Kurzgeschichten und, und, und. Also ich habe diese Romane oder Geschichten echt gesuchtet. Kann man nicht anders sagen. Hast du damals auch so Rollenspiel-mäßig irgendwie Cthulhu gespielt? Ich sag mal, sowas wie Call of Cthulhu oder Achtung Cthulhu oder irgendwie sowas? Nee, leider nicht. Habe ich immer großes Interesse dran gehabt. Aber, ähm, ja, wie es so mit der Zeit ist, man hat immer viel zu wenig davon. Und, äh, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, mache ich mal auch was. Das Einzige, was ich gespielt habe, war damals ein Tabletop-Spiel von, ähm, wie hieß er noch? Uncle Mike, meine ich. Mhm. Äh, das hieß Strange Aeons. Und das hat mich natürlich auch sehr stark beeinflusst. Das muss ich schon sagen. Weil das war ein sehr, sehr cooles Spiel. Und ich bedauere es immer noch, dass das halt nicht weitergeführt, äh, wird. Äh, aber so wie ich das ja auch damals mitgekriegt habe, ging's dann dem Kollegen Uncle Mike auch nicht ganz so gut. Boah, und der hat sich ja komplett zurückgezogen. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber verständlich halt, ne? Naja, klar. Also, ich hätte noch für dich noch eine Runde Achtung Cthulhu hier. Äh, als Rollenspiel. Da, äh, könnte man mal so gerne so einen One-Shot machen. Also, so wär's nicht. Würde ich auch leiten, wär kein Problem. Oh ja, da wär ich auch dabei. Das soll ja auch, äh, sehr horrorlastig sein halt, ne? Ja, natürlich. Habe ich mal so munkeln hören. Ja, 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 ja. Aber da erschließt sich mir auch gleich schon die zweite Frage. Ähm, was war denn, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Frage, was war denn zuerst? Die Idee des Tabletops, was dann entstanden ist, Tor zur Welt, oder die Begeisterung für Cthulhu? Äh, zuerst ganz klar die Begeisterung. Also, ich habe schon vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren, ich glaube, mit 16, 17 damals habe ich angefangen, diese Romane zu lesen oder diese Kurzgeschichten zu lesen. Und, ja, mittlerweile bin ich, äh, 43. Ähm, Tor zur Welt ist jetzt, äh, zwei Jahre alt, glaube ich. Ähm, also von daher ganz klar die Begeisterung für H.P. Lovecraft und den Cthulhu-Mythos. Ich finde das krass, von wegen so, weißt du, wenn man dann so plötzlich irgendwie so eine Idee hat, ne, du hast da so ein Buch drin stehen und du blätterst und du machst und tust und hast plötzlich so eine voll, die so eine Eingebung, wo du plötzlich sagst, von wegen so, das, das juckt in den Fingern, irgendwas gärt gerade in dir, ne, so. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz cooles Feeling, was man dann plötzlich entwickelt. Auf jeden Fall ist es aber auch ein Fluch. Wie so eine andere. Das ist tatsächlich so, wenn ich Filme gucke, äh, wenn ich, äh, irgendwelche Geschichten lese, die mich absolut faszinieren, dann kommt, fängt's sofort an zu rattern, boah, könnte man das nicht mal irgendwie auf einer Spielplatte, äh, quasi bringen, um es immer wieder zu erleben, ohne jetzt immer wieder den Film zu gucken, weil irgendwann ist ein Film halt langweilig, äh, aber ein Spiel ist ja immer anders und dementsprechend auch immer spannend. Mhm. Ja, auf jeden Fall, also ich sag mal, egal wie du es dann drehst und wendest und was du für Missionen auch einbaust und so, ähm, kann das natürlich immer wieder ein komplett neues Erlebnis sein, ne, deswegen, also total cool. Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen, äh, in das Tor zur Welt und wir befinden uns im Hamburg der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ähm, das ist tatsächlich, äh, auch aus den, ähm, Cthulhu-Büchern, beziehungsweise auch aus dem Spiel Strange Air, und das spielt tatsächlich auch in den 20er Jahren, also es passt genau in die Zeit, wie auch, äh, die ganzen, äh, Geschichten. Und ich hatte mich für Hamburg entschieden, ähm, weil es von der Story her sehr gut für mich passte, weil Hamburg war damals, äh, ja, das Tor zur Welt tatsächlich. Also so hatte man Hamburg damals genannt, äh, von da kamen, äh, die ganzen Überseeschiffe oder gingen auch viele Schiffe raus und da hab ich gesagt so, ja, Mensch, wie wäre es denn? Und das war so der erste Gedanke, ja, Tor zur Welt, aber es kommt halt nicht nur Gutes rüber, sondern aus, äh, Amerika, aus dem kleinen Städtchen Innsmiss, kommen halt auch sowas wie diese Fischmonster, die es halt im Cthulhu-Mythos gibt. Und da war quasi die erste Idee geboren und so bin ich genau in der Zeit gekommen. Äh, Hamburg war für mich gesetzt. Ich hatte damals auch ein sehr hehres Ziel, ich wollte eigentlich die Hamburger Speicherstadt nachbauen, aber ich habe es bis heute nicht geschafft, äh, okay. Also das ist so, ne, Projekt 2024, äh, so wie es vorher 23 war, weil ich es in 22 nicht geschafft habe, was ich mir 2020 vorgenommen habe. Mhm, wer kennt das nicht? Also von daher, ich mag dieses Setting halt von Hamburg, ähm, so mit diesen Kanälen, die man dann da hat, äh, diese Backsteingebäude und dann gerade in dieser Jahre, in dieser Zeit, ähm, man hat keine großartigen Waffen, äh, man hat jetzt keine fortschrittlichen Technologien und muss sich jetzt da wirklich irgendwelchen übernatürlichen Phänomenen stellen. Ähm, das passte einfach für mich alles so zusammen, dass ich sagte, da muss ich rein. Mhm. Kann ich komplett nachvollziehen, weil ich so dieses, äh, wenn ich diese Bücher gelesen habe, zum Beispiel jetzt für Achtung Cthulhu und würde da jetzt irgendwie eine Runde vorbereiten oder hätte mir jetzt irgendwie ein Buch genommen, was vielleicht eine, ein, ja, so eine Kampagne irgendwie beschreibt. Ähm, dann finde ich es auch immer schöner, gerade in, mit diesem Mythos zusammen, ich weiß nicht, warum mir das so geht, aber mit dem Cthulhu-Mythos geht mir das dann wirklich so, dass ich sage, ähm, weniger Technik ist sehr viel geiler, als wenn ich im modernen Setting spiele, wo ich, äh, Handys habe, wo ich, äh, Internet habe, wo ich Recherchen betreiben kann, etc. pp, ne? Also, gerade in diesem Setting, wo ich noch, sagen wir mal, sehr weit weg bin von moderner Technik, wie wir sie heute nutzen können, das bockt dann schon mehr, weil die Leute sehr viel anders überlegen, an solche Sachen ranzugehen, wenn du die vor ein Problem stellst, als wie sie es quasi in einem, äh, realen Setting so in der Neuzeit oder in der Zukunft machen würden. Ja, vollkommen richtig halt, ne? Also, ja, du bist eigentlich eher auf deinen Verstand angewiesen und, äh, darauf zielt dann tatsächlich auch, äh, das Spiel ab, deine Psyche immer weiter runterzubringen, äh, bis du dann irgendwann den Wahnsinn verfällst und quasi von vorne anfangen darfst. Das heißt, der sitzt dann irgendwann, dein Charakter, den du da gerade spielst, der sitzt dann sabbernd irgendwo im Sanatorium und muss irgendwie mit Pudding gefüttert werden? Ganz genau, also, genau so habe ich's, äh, an einigen Stellen beschrieben, äh, dass genau das jetzt eingetreten ist und, äh, du, äh, leider diesen Agenten verloren hast. Okay, dann erzähl uns doch mal von wegen, so aus, was besteht dann quasi da, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, aus was besteht dann deine Bande? Ja, also, ähm, du hast, du bildest hier so eine kleine Agentengruppe zusammen, du hast also eine Anzahl von Punkten, in der Regel reicht das am Anfang so für drei, vielleicht vier Figuren. Äh, äh, da sei vorweg gesagt, ist auch wieder ein agnostisches System, genau wie damals Bloody Kisses, ähm, das heißt, da kannst du dich an allem bedienen, was du da passend findest und es gibt verschiedene Charaktere, also du brauchst auf jeden Fall sowas wie einen Einsatzleiter, äh, der ist quasi das Fundament von deiner Gruppe. Ähm, stirbt der Einsatzleiter, landet der im Sanatorium, ist deine Gruppe vorbei, du musst eine neue Gruppe bilden und musst ganz von vorne anfangen, ähm, und dann kannst du ganz normal klassisch ausgebildete Agenten, die sind halt ein bisschen besser, äh, mit ihren Kampfskills, äh, kannst du einsetzen, du kannst dir Bibliothekare dazu holen, äh, Wissenschaftler, äh, Ärzte, Psychologen und, und, und. Und so baust du dir so eine kleine Agentengruppe zusammen aus drei, vier Miniaturen und mit denen bestreitest du dann tatsächlich alle Missionen, die, äh, es in dem ersten Buch und auch in der Erweiterung dann, äh, gibt. Es gibt mittlerweile auch schon eine Erweiterung, äh, zu Tor zur Welt. Mhm. Und wie gesagt, ähm, im Laufe der Zeit werden sich deine Skills verändern, äh, weil du gegen Listen dann halt auch würfelst, äh, oder auch Ereignisse hast, äh, die du vielleicht gut bestehst, ähm, oder aber auch halt tatsächlich schlecht bestehst, wo du Folgeschäden von hast. Das heißt, du kämpfst nicht die ganze Zeit mit den gleichen Skills. Und, äh, ja, versuchst halt so deine Gruppe zu optimieren, äh, vielleicht sogar auch mal zu vergrößern, indem du weitere Agenten mit dazu holen kannst, um halt für die nächsten Missionen gewappnet zu sein. Heißt das, dass ich dann die, äh, ganze Zeit mit meiner Bande gegen das Spiel spiele? Oder, ähm, gibt's dann noch einen, noch einen anderen Mitspieler oder eine Mitspielerin, die dann auch mit einer, mit ihrer eigenen Bande mit, äh, also so, ähm, quasi PvP, PvE oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Ja, also im Grundregelwerk, also im ersten, äh, Buch, was ich geschrieben habe, spielen tatsächlich ganz normal gegen einen, äh, anderen Mitspieler. Ähm, der spielt dann halt tatsächlich die Seite des Wahnsinns, so habe ich's benannt. Und in jeder Mission wechseln die, äh, Gegner, weil es gibt halt viele, viele verschiedene. Er hat aber die Möglichkeit zu sagen, ich habe auch einen Hauptcharakter. Und immer, wenn eine Mission vorgibt, ähm, zum Beispiel, äh, du hast fünf Kultisten und einen Hauptcharakter, dann kannst du deinen vorher ausgewählten Hauptcharakter nutzen, um den halt in dieser Mission gegen die Agenten antreten zu lassen. Ah, wie so eine Art Erzbösewicht quasi. Ganz genau. Und, äh, der Hauptcharakter skillt sich auch im Laufe der Spiele immer weiter hoch, wenn man gegeneinander spielt. Und die letzte Mission in dem ersten Buch muss dann gegen, äh, den, äh, Oberbösewicht, äh, gespielt werden, der sich da hoffentlich schon zu einer unfassbar großen Nemesis entwickelt hat. Ja, im zweiten Buch, äh, ist es dann etwas anders gestaltet. Ähm, da ist man auf Expedition, da ist man weit weg von Hamburg. Mhm. Und, äh, da hat man halt als Spieler der Bösen Seite immer unterschiedliche, ähm, Gegner, die man da auswählen kann. Und, äh, da hast du jetzt also keinen Charakter mehr, den du weiter hochleveln kannst. Und das Charmante daran ist eigentlich gerade beim ersten Buch, dass du halt sagen kannst, okay, ich hab meine eigene Agentengruppe, aber ich möchte vielleicht auch mal die Böse-Seite spielen, dass man sich so quasi für beide Seiten was aufbaut, was man dann halt immer weiter hochleveln kann. Mhm. Das heißt also, deine Bande fängt im Prinzip wirklich wie so eine, wie so eine, äh, kleine Truppe, die sich irgendwo auf dem Hamburger Fischmarkt getroffen hat, aus dem Wasser irgendwie so eine Art Fischmenschkopf gesehen hat, und plötzlich sind die in voller Panik und fangen jetzt an, dem auf, auf, auf den Grund zu gehen, haben eigentlich, sagen wir mal, relativ schlichte Werte, ich sag jetzt mal von geistiger Stabilität, wenn wir mal darüber sprechen, und die steigen dann quasi wirklich im, im Laufe des Spiels steigen die auf und werden resistenter, schneller, stärker, etc. pp. Ganz genau. Oder rutschen immer weiter, äh, Richtung Wahnsinn und sind irgendwann, äh, so fertig mit der Welt, dass sie sagen, nee, ich kann nicht mehr, äh, es ist Feierabend für mich. Ja, der Krankenwagen ruft quasi. Ja, genau. Also so Hintergrundstory ist da tatsächlich, äh, die Stadt Hamburg hat es mitbekommen, äh, dass da immer mehr übernatürliche Phänomene passieren, äh, dass, äh, die Bevölkerung terrorisiert wird von dem Wahnsinn und hat quasi so eine kleine, eigene, äh, so ein eigenes Amt gegründet, das ist das AAPE, Amt zur Abwehr paranormaler Ereignisse, schön typisch deutsch, ne? Ja, der Amtsschimmel ruft. Oder so, so eine kleine Spezialistengruppe halt, ne, die so gegründet ist, aber die wissen anfangs noch nichts und es geht auch eigentlich los so mit allgemein paranormalen, äh, Phänomenen, man kämpft gegen Geister, man kämpft gegen, äh, einen bekloppten Wissenschaftler, den man aber auch zum Beispiel weiter hochleveln könnte, äh, man macht eine nächtliche Frachtkontrolle und plötzlich kommen Werwölfe um die Ecke und, ähm, so Stück für Stück wird aber immer mehr der Cthulhu-Mythos da eingeflochten, dann hat man plötzlich Besuch aus Innsmiss oder aber, ähm, wer die Kurzgeschichte kennt, äh, gibt da so einen wahnsinnigen Musiker, Erich Zander, der plötzlich da auftritt, ähm, oder auch Joseph Körven, ähm, aus der Kurzgeschichte von, ähm, Charles Dexter Watts, also es kommen immer mehr, äh, Phänomene aus dem Cthulhu-Mythos rein und im Lauf des Spiels, das ist ganz wichtig, ähm, hat man so verschiedene Missionsziele auch, äh, man soll, ähm, blasphemische Schriften sammeln, man soll Artefakte finden, mit denen man dann halt, äh, Teampunkte generiert, äh, oder halt für die nächste Mission freigeschaltet wird und am Ende des Buches ist es quasi so, dass man, äh, von der Story her dann, äh, das Erlebnis hat, dass diese blasphemischen Schriften ausgewertet werden und da steigt dann quasi die Erweiterung, ähm, dann ein, dass du aufgrund dieser ganzen blasphemischen Schriften, die jetzt ausgewertet wurden, äh, wurden Hinweise auf eine alte, vergessene Stadt in der arabischen Wüste, ähm, ja, dass da quasi, äh, Hinweise zu gefunden worden sind und was liegt da also näher, als quasi eine Expedition zu leiten und dann reißt unsere kleine Agentengruppe zur Stadt ohne Namen. Das heißt, mit der Agentengruppe aus dem ersten Buch spielst du dann im zweiten Buch weiter und hast, äh, plötzlich, ja, die nächsten, äh, Wesenheiten auch wieder aus dem Cthulhu-Mythos, äh, die alte Rasse tritt zum ersten Mal auf oder Schlangenmenschen oder 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 oder, ich möchte nicht zu viel verraten, weil das zweite Buch spielt man tatsächlich als Story auch komplett durch, um dann vielleicht schon mal, äh, Hinweise auf mögliche weitere Expeditionen zu bekommen. Aber wenn es jetzt zu einer Begegnung kommt und ein Kampf ausbricht, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt mit meinen Agenten gegen Geister kämpfe, werde ich ja wohl kaum mit einer, äh, Flinte und einer Axt gegen die antreten. Ähm, und wie funktioniert das dann von der, von der Spielmechanik, ähm, diese, diese, dieses Kampfgeschehen? Äh, ich würde da tatsächlich ein bisschen weiter vorher einsteigen. Ich glaube, das ist, äh, ein bisschen einfacher zu verstehen. Ähm, also man hat seine vier, äh, Figuren und, ähm, die erste Figur oder die erste Figur hat, äh, verschiedene, ähm, Aktionen, die sie machen kann. Sie kann bewegen, sie kann einen Nahkampf, sie kann einen Fernkampf ausführen, sie kann, äh, Befehle ergeben, durchsuchen und, und, und. Und, ähm, dann handelt man die erste Figur ab, dann hat der Gegenüber die Möglichkeit halt, äh, eine seiner Figuren dann zu bewegen und so geht das immer im Wechsel. Und man kann das Ganze ein bisschen, ähm, weiter aufsplitten. Wenn du jetzt einen, äh, Einsatzleiter hast, der kann dann, äh, seinen Agenten noch Befehle geben, dann hast du die Möglichkeit, mehrere, äh, Aktionen hintereinander zu machen. Und, ähm, wenn es zum Beispiel zu einem Nahkampf oder Fernkampf kommt, kommt es auch natürlich darauf an, gegen wen oder gegen was du kämpfst. Also bei Geistern würde ich empfehlen, ist Steinsalz vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Hoffentlich hast du es ausgerüstet, wenn nicht, durch Suchekisten oder vielleicht auch mal Passanten, vielleicht hat einer von denen ja was Praktisches mit dabei. Und das ist nämlich so der nächste Punkt in diesem Spiel. Du musst auch viel mit dem Gelände interagieren. Es werden also auch immer, äh, vor jeder Mission Hinweise gegeben. Du musst, äh, vier Kistenstapel aufstellen oder aber du brauchst, äh, Zivilisten, die mit auf dem Feld sind, dass du die durchsuchen kannst. Kann natürlich auch sein, dass du eine Handtasche um die Ohren gehauen kriegst, weil der Zivilist das kacke fand, dass du den, äh, durchsucht hast. Ähm, du kannst Polizisten mit aufstellen, die dann automatisch schießen, wenn ein Monster in gewisser Reichweite da auftaucht, äh, weil auch ein Polizist möchte natürlich nicht, dass da irgendwie, äh, irgendwelche Viecher rumlaufen, der genauso gut aber auch auf die Agenten schießt, wenn die jetzt plötzlich auf einen, äh, menschlichen Gegner eine Schusswaffe abfeuern, wie zum Beispiel Kultisten. Und so interagierst du viel auch innerhalb des Spiels. Und, ähm, ja, so brauchst du halt für jede, um wieder drauf zurückzukommen, für jede Wesenheit teilweise auch spezielle Waffen oder auch spezielle Fähigkeiten. Bist du besonders belesen, um bestimmte Dokumente zu nutzen? Ähm, oder, ähm, ist deine Psyche stark genug, um halt denn bei höheren Wesen, äh, dann halt, ähm, den Nahkampf auszuführen und, und, und. Also, es ist immer unterschiedlich, was du machen kannst. Du kannst natürlich aber auch mit den Standardwaffen gegen, äh, Geist und so weiter kämpfen. Ist halt nur unheimlich schwieriger. Mhm. Fängst du denn, wenn du jetzt deine Bande zusammengebaut hast, André, ne, ähm, fängst du dann auch erst an, sag ich jetzt mal, gegen eher weltliche Gegner zu spielen, als gleich mit sowas, äh, konfrontiert zu werden? Ja. Also, es gibt, äh, eine, ich sag mal, äh, ne freie Mission. Die kann man immer wieder spielen, immer wieder aufs Neue, um sich zum Beispiel erst mal, äh, zu looten, aufzustaffen. Äh, da musst du denn halt, äh, gegen ganz normale gegnerische Agenten und Kultisten kämpfen. Äh, Hauptziel ist es aber eigentlich tatsächlich, ihr Passanten zu durchsuchen, wo du was ganz Bestimmtes suchst. Und, ähm, wenn du genügend blasphemische Schriften gesammelt hast, dann kannst du die in Missionspunkte, äh, einsetzen und kannst dadurch, äh, sagen, ich möchte jetzt, äh, die, äh, erste Mission aus dem ersten Kapitel spielen. Kannst auch die zweite Mission als erstes spielen oder oder. Du musst halt nur genügend, äh, Missionspunkte haben. Ähm, wenn man es das erste Mal spielt, ist auch vorgegeben, dass du quasi das erste Kapitel durchgespielt haben musst. Das besteht aus drei, äh, Missionen. Bevor du dann halt in das zweite Kapitel einsteigen kannst. Einfach aus dem Grund, äh, wenn du wahnsinnig genug bist und das erste, die freie Mission so oft gespielt hast, dass du genug, äh, Missionspunkte da hast, kannst du ja gerne die achte, neunte oder zehnte Mission spielen. Macht nur keinen Sinn. Dann kannst du gleich wieder von vorne anfangen, weil du es nicht schaffen willst. Okay. Ja, und so musst du dir das so Stück für Stück, ähm, freispielen. Und, ähm, es gibt immer die Variante, dass du, ähm, auch mit anderen Gegnern spielen kannst, zum Beispiel auf der Seite des Wahnsinns, weil ich immer Punkte dazu geschrieben hab. Aber für das erste Mal ist eigentlich immer vorgegeben, gegen welche Wesenheiten du kämpfst. Das heißt, am Anfang sind es denn, äh, Agenten des Ordens, äh, des Dagon, also der gegnerische, äh, Agentenorden. Äh, äh, dann sind es mal Handlanger, dann sind's Kultisten und dann geht's so langsam hoch. Dann kommen Wolfsmenschen, Wehrwölfe, Hexen, Hexenmeister, Kultisten sind dann wieder drin, äh, plötzlich, äh, hohe Priester, die dann auch mit weiteren Fähigkeiten um die Ecke kommen, äh, Riesenspinnen, Riesenratten. Und so geht das erst Stück für Stück hoch und bist du dann irgendwann wirklich so gegen, äh, ja, die ersten Cthulhu-Gegner, sag ich mal, Antritts. Vielleicht nimmst du uns nochmal mit, jetzt, dass wir, ähm, nochmal in so einen Spielzug reingehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, ich sag mal, ähm, du hast jetzt jemanden gefunden, der spielt die böse Seite, jetzt vielleicht irgendwo in die Richtung erstmal nur menschliche Gegner, so nach dem Motto. Und ihr seid vielleicht gerade in der ersten Mission und, ähm, jetzt baust du dein Spielfeld auf. Ähm, was hast du dir da für Ideen geholt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, was sollten die Leute auf ihren Spielfeldern draufhaben, was vielleicht so ein bisschen auch, sagen wir mal, die Atmosphäre fördert finden? Ja, also, im ersten Step alles, was gefällt, äh, und es kommt natürlich auf die Mission an. In der ersten Mission sind wir direkt in Hamburg. Das heißt, da sind natürlich, äh, viele Backsteinhäuser, vielleicht ein Kanalgelände, ähm, sehr vorteilhaft. Ähm, und, äh, im Moment, ähm, du hast eine Spielfläche 80 x 80 Zentimeter. Und, ähm, wir haben so, ne, das klassische Hamburg-Speicherstadt, äh, da läuft ein Kanal drüber, ähm, wir haben einige Backsteinhäuser, die großen Lagerhallen haben wir da stehen. Und es geht in der ersten Mission darum, ähm, dass wir erfahren haben, dass es, ähm, einige Passanten gibt mit Koffern, die keine Passanten sind, sondern das sind tatsächlich welche, die wollen, äh, einige Artefakte und blasphemische Schriften an den, äh, Orden des Dagon, äh, übergeben, damit diese, mit diesen, äh, sehr, ich sag mal, unchristliche Rituale vollführen können. Und die wollen wir abfangen. Wir wissen aber nicht, welche das sind. Das heißt, es laufen auch einige Zivilisten auf dem, äh, Gelände rum. Das heißt, die stehen da auch. Und jetzt ist unsere Aufgabe, vor den gegnerischen Agenten und Kultisten, äh, die richtigen Koffer zu finden. Das heißt, wir müssen, äh, ein Artefakt und zwei blasphemische Schriften, waren das, glaube ich, in der ersten Mission, die wir finden müssen. Und dann geht's quasi los. Wir haben uns am Spielfeldrand aufgestellt, äh, kleine Agentengruppe, ich sag mal, der Einsatzleiter Alfred, äh, ein normaler Agent und ein Bibliothekar. Oder nee, nehmen wir mal einen Archäologen. Passt sogar noch besser. Die anderen Trance kommen jetzt um die Ecke. Und, äh, ja, auf der gegnerischen Seite haben wir, äh, auch, äh, drei gegnerische Agenten, äh, stehen, äh, die natürlich versuchen wollen, äh, die Koffer vor uns abzufangen. So, erster Zug geht an die gute Seite. Das heißt, äh, ich versuche natürlich die Sonderregel meines Einsatzleiters zu nutzen. Und ich sagte vorher einmal, jede Figur, die hat zwei Aktionen. Man kann zwei gleiche Aktionen machen, man kann zwei unterschiedliche Aktionen machen. Man kann auch mal sagen, ich nehme nur eine Aktion. Und in der zweiten bin ich mir gerade die Schuhe zu. Aber ich sage jetzt mit meinen Agenten, äh, mit meinem Einsatzleiter, meine erste Aktion ist Befehlen. Befehlen hat die Besonderheit, ich kann jetzt einem meiner Agenten in Reichweite den Befehl geben, du bist jetzt dran. So, dieses Modell hat also zwei Aktionen und den gebe ich jetzt, äh, dem Agenten und der soll zweimal laufen. Das heißt, er bewegt sich zweimal vorwärts, um schon mal in Richtung des, äh, ersten Passanten zu kommen. Das war die erste Aktion meines Einsatzleiters. Also kann ich mit der zweiten Aktion jetzt entscheiden, möchte ich selber jetzt noch etwas tun als Einsatzleiter oder sage ich wieder befehlen. Und das mache ich natürlich in dem Falle und, äh, sag meinem Archäologen, du läufst auch los in die andere Richtung. Schon mal, äh, das, äh, Richtung des zweiten Passanten. Dann habe ich auf meiner Seite meine zwei Aktionen für mein Modell, dem Einsatzleiter, gemacht, habe in Summe aber tatsächlich vier Aktionen genutzt und mein Gegenüber ist dran. Mein Gegenüber, äh, hat tatsächlich einfach nur klassische Agenten. Das heißt, ich kann ein Modell nominieren und sage, okay, zwei Aktionen. Was will ich natürlich klassischerweise machen? Ich laufe auch los. Und ich werde auch zweimal laufen. Erster Agent läuft also auch zweimal. Jetzt ist wieder die gute Seite dran und jetzt geht das immer im Wechsel. Ähm, jetzt habe ich am Anfang meine beiden, äh, meinen Agenten und meinen, äh, Archäologen so weit von meinem Einsatzleiter entfernt bewegen lassen, dass sie außerhalb der Reichweite sind. Das heißt, jetzt kann ich nur noch ein Modell nominieren. Jetzt kann ich überlegen, nutze ich den Einsatzleiter, um nachzurücken, um halt für den nächsten Zug dann vielleicht dann, äh, wieder in Reichweite zu sein. Ich entscheide mich jetzt aber dazu, den Archäologen zu nominieren, weil er nämlich tatsächlich bis zum ersten Passanten rangekommen ist. Und ich wähle für ihn jetzt, äh, die Aktionen durchsuchen. Das heißt, er durchsucht jetzt den Passanten und jetzt muss ich gegen eine Liste würfeln, was kann passieren. Also es kann sein, der Passant, äh, rennt weg, weil er sich erschreckt. Es kann sein, äh, dass er es blöd findet und haut mir den Koffer um die Ohren. Äh, das heißt, dann kriege ich sogar vielleicht auch einen Schadenspunkt. Oder aber ich finde was. Und, ähm, jetzt hürfele ich gegen die Liste und, äh, freue mich. Juhu, ich habe ein Artefakt gefunden. Der Archäologe hat aber die Sonderregel, wenn er ein Artefakt findet, findet er automatisch zwei. Weil er halt sich mit diesen Dingen auskennt und, äh, wenn er irgendwo was findet, findet er eigentlich immer mehr als alle anderen. Das heißt, wunderbar, ich habe zwei Artefakte gefunden in diesem Spielzug. Habe ich also den ersten Teil schon mal erfüllt. Ich habe ja die Mission, ich muss mindestens ein Artefakt finden. Fehlen mir jetzt also noch zwei blasphemische Schriften. So, das war meine erste Aktion. Ich habe durchsucht. Und jetzt kann ich mit der zweiten Aktion, äh, noch was anderes machen. Und ich habe gesehen, der eine Agent kommt schon gefährlich nah. Und, oh Wunder, oh Wunder, ich habe Glück gehabt. Ich habe meinen Archäologen mit einer Pistole ausgestattet. Also wird meine zweite Aktion sein. Fernkampf. Und ich schieße dann halt, äh, auf diesen Agenten. Auch da würfel ich dann wieder gegen eine Liste. Und, äh, wenn ich, äh, zusammen mit dem Würfelwurf und meinem Kampfskill, der beim Archäologen meistens nicht so hoch ist, äh, einen bestimmten Wert erreiche, habe ich die Möglichkeit, halt diesem Agenten einen ersten Lebenspunkt abzuziehen. Ah, okay. Das ist aber jetzt nicht so, dass die, äh, Passanten, die drumherum stehen, quasi weglaufen würden, so nach dem Motto. Also die jetzt, sag ich mal, umkreis von... ...denn tatsächlich stehen. Ähm, ich habe es tatsächlich am Anfang versucht, aber das war nachher so viel Gewusel auf der Platte und man hat so viel mit, äh, Passantenbewegen zu tun gehabt, dass man feststellt, irgendwie, oh, ich komme gar nicht mehr dazu, meine eigenen Figuren, äh, äh, zu, äh, bewegen. Daher habe ich mich dann dazu entschieden, nein, die Passanten bleiben stehen, das ist denen alles irgendwie komplett egal. Ich meine, hallo, da kamen Fremde an und hat mich gerade durchsucht und es war mir egal. Äh, äh, einzige Ausnahme bilden tatsächlich Polizisten. Wenn da jetzt anstelle von zwei Passanten ein Polizist steht, das ist so die, ähm, die Richtung so, wo man sagt, okay, du kannst jetzt aussuchen und ich habe da jetzt einen Polizisten stehen, der fänd das nicht so toll, dass ein Mensch auf einen anderen Menschen schießt und dann würde er automatisch, äh, einen Schuss auf meinen Archäologen abfeuern. Kannst du die auch durchsuchen? Nein. Also ein Polizist lässt sich nicht durchsuchen. Ich stelle mir das gerade vor, kommt so ein Archäologe um eine Ecke und grabbelt erst mal so einen Polizisten da und am Hamburger Hafen da irgendwie so erst mal so am, am, am Revers rum. Ja, nein, also Polizisten bilden tatsächlich die Ausnahme. Ich stelle mir das gerade richtig lustig vor. Was machen sie da? Hören sie auf damit? Oder aber, hm, machen sie weiter. Ja, je nachdem. Ja, ähm, nein, also Polizisten sind tatsächlich, ähm, diejenigen, die ein bisschen so aus dem Raster fallen. Polizisten kann man tatsächlich auch nominieren und das können beide Seiten tun. Und ich habe das bei vielen Testspielen dann auch, äh, gesagt, okay, wenn du jetzt zum Beispiel hier diesen Korridor zumachen möchtest, damit das Monster da nicht durchkommt, kannst du jetzt sagen, ich nominiere den Polizisten anstelle meiner eigenen Agenten und bewege den da jetzt rüber und der macht den Korridor dicht. Die böse Seite kann natürlich auch einen Polizisten nominieren und bewegen. Und das war das, was ich dann immer so auf den Testspielen, auf den Conventions gesagt habe. Wenn ich jetzt anfange, die ganze Zeit den Polizisten hin und her zu bewegen, dann gehe ich einen Kaffee trinken und ihr könnt mich in einer halben Stunde, dann, äh, könnt ihr Bescheid sagen, ob ihr jetzt durch seid oder nicht. Aber das ist halt tatsächlich möglich, dass du Polizisten, äh, auch nominierst und bewegst, um dir halt da vielleicht, äh, in den nächsten Spielrunden da noch einen kleinen taktischen Vorteil zu erschaffen, dadurch, dass er halt automatisch einen Schuss abfeuert. Okay, die Polizisten wissen ja nicht, ist das jetzt ein Agent oder ist das jetzt ein normaler Passant oder irgendwie sowas, ne? Genau, richtig. Also die sehen ja alle ganz normal zivil gekleidet aus, ähm, also reagiert er da erstmal, wenn jetzt halt Menschen auf Menschen schießen oder aber halt, wie gesagt, wenn ein Monster in seiner Nähe seine Bewegung ändert, äh, dann wird der Polizist das auch nicht so gut finden und wird dann halt auf dieses Monster schießen. Mhm. Okay, jetzt bist du da mit deinem, mit deinem Archäologen unterwegs, hast deinen Revolver rausgeholt und ballerst erstmal so über den, über den Hamburger Fischmarkt und guckst nach, wo derjenige denn hinrennt und so weiter. Gibt es Möglichkeiten, dass du plötzlich auf dem Spielfeld, ich sag jetzt mal, über so einen Kanaldeckel kommst und auf einmal kommt aus diesem Kanaldeckel etwas raus, was du da nicht haben willst? Nein, also das gibt es da denn tatsächlich nicht, ähm, einfach aus dem Grund, dass du da dann wirklich, äh, zu viele, ähm, ja, Herausforderungen auf einmal hast, ähm, mhm. Und ich sag's auch häufig, äh, bei solchen Testspielen, achtet immer darauf, was ist die Mission, weil du wirst als Agentengruppe von vornherein immer sofort unter Druck gesetzt. Die Agentengruppe steht immer am Rande des Spielfelds. Die böse Seite kann bis zu einem Viertel der Spielfeldfläche schon reinkommen bei der Aufstellung. Das heißt, sie sind sehr schnell sehr dicht bei dir. Und, äh, gerade bei den höheren Wesen ist es dann, äh, tatsächlich so, ähm, dass sie eine gewisse Aura auch ausstrahlen, die auf deine Psyche schlägt. Das heißt, ähm, fangen wir erstmal bei so einem normalen Monster an, einem Werwolf. Normales Monster. Der hat halt, ja, im Gegensatz zu den anderen ist das schon, ne, äh, noch ein normales Monster, sag ich mal. Ähm, der hat halt auch so eine gewisse, äh, entsetzliche Ausstrahlung. Das heißt, äh, wenn man zu dicht dran ist, dann muss man auf seine Psyche testen, ob man, äh, diesem Grauen jetzt widersteht oder ob man, äh, gegebenenfalls wegrennt oder tatsächlich auch einfach in Katatonie verfällt. Mhm. Ähm, und das ist ganz, ganz bitter. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel am Spielfeldrand noch stehe oder relativ dicht dran und jetzt ist dieser Werwolf, weil der auch noch sehr schnell ist, sofort bei mir und ich verpatze jetzt meinen Psyche-Test, weil meine Psyche noch nicht hoch genug ist, dann kann es unter Umständen sein, dass ich von der Spielfeldkante flüchte. Wenn ich flüchte, bin ich erstmal raus aus dem Spiel. Ist soweit noch nicht weiter schlimm. Aber am Ende des Spiels wird auch immer geschaut, was ist mit meinen Agenten alles passiert. Und jedes Wesen, das eine, ähm, eine, äh, schwere psychische Belastung hatte, äh, wie ein Schock oder in Panik oder eine massive Belastung hatte, ähm, kann unter Umständen noch Folgeschäden davon tragen. Und das wird dann ausgewürfelt, was dazu führt, dass meine Psyche vielleicht noch weiter sinkt. Oder aber, dass, äh, mein Charakter tatsächlich im Sanatorium landet. Jetzt gibt es auch Schäden, die nicht, äh, psychisch bedingt dann auch in die nächsten Spiele mit reintragen, sondern auch physisch. Also, dass du zum Beispiel, was ich, verkrüppeltes Bein hast oder irgendwie sowas. Ähm, ja, auch das ist, äh, möglich, äh, wenn du eine schwere Verwundung erlitten hast oder tatsächlich, es kann im Spiel passieren, dass du einen vernichteten Treffer hast, äh, dann wirst du sofort aus dem Team gestrichen, ne, du brichst sofort tot zusammen. Es kann aber auch sein, dass du eine schwere Verwundung hattest und dann musst du auch am Ende der Mission halt würfeln, ob du davon Folgeschäden trägst. Folgeschäden können tatsächlich sein, dass du nachträglich verstirbst und aus der Teamliste gestrichen wirst. Es kann aber auch sein, dass, äh, du einen Lebenspunkt verlierst. Das heißt, wenn du mit drei Lebenspunkten gestartet bist, hast du ab jetzt nur noch zwei. Ähm, oder aber dein Kampfskill sinkt, äh, weil du zum Beispiel eine Waffe nicht mehr so gut halten kannst. Ach, guck an. Oder nicht mal so gut, äh, zuschlagen kannst. Und jeden, ähm, Profilwert ist aber für bestimmte Themen ganz wichtig. Also ein Kampfskill zum Beispiel addierst du immer auf deinen Würfelwurf drauf. Hast du einen zu niedrigen Würfelwurf, wirst du deinen Gegner niemals mehr verwunden können. Das heißt, den kannst du irgendwann für Kämpfe oder, äh, für Schüsse nicht mehr verwenden. Aber vielleicht ist er besonders belesen und kann halt noch, äh, Schriften übersetzen. Oder aber er hat noch eine sehr hohe Psyche und kann vielleicht dementsprechend besser, äh, irgendwelchen Monstern, äh, widerstehen. Ähm, und so variieren dann halt im Laufe des Spiels, äh, tatsächlich deine Profilwerte. Und jeder ist halt für sich genommen für bestimmte Tätigkeiten sehr, sehr wichtig. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du ja, wenn du zu nah am Spielfeldrand stehst und der läuft jetzt quasi weg oder ich sag mal, ähm, wird weggeschubst vielleicht irgendwie sowas, kann ich sowas auch mit, mit den Monstern dann dementsprechend machen, dass die dann halt auch von der Platte so abhauen? Nein. Okay. Ein Monster hat vor einem Menschen leider keine Angst. Okay. Gibt's also keine Möglichkeit, dass ich's dann weg, wegschubse oder, oder durch Explosionen oder irgendwie sowas dann halt, ähm, was ich sechs Zoll nach hinten bewegen muss, so nach dem Motto und, äh, damit von der Platte entfernen könnte? Also leider tatsächlich keine Chance, äh, gegenüber Monstern hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder kämpfen, und töten oder lauf. Okay. Ich würde eine dritte Variante noch mit reinbauen und das sind Fahrzeuge. Du hast Fahrzeuge mit reingebracht, weil ich würde so ein Monster versuchen zu überfahren. Auch in deinem Demospiel. Wenn du auf der Taktika bist und ich komme zu dir und ich sag, mach mal ein Demospiel mit mir, dann würde ich dich fragen, kann ich dieses Monster mit diesem Auto überfahren? Mhm. Ähm, ja, so ein Werwolf ist natürlich relativ groß und ich glaube, du wirst eher einen zerbeulten Kühler haben, als dass du es schaffst mit so einem Auto aus den 20er Jahren wirklich jetzt einen Werwolf zu überfahren. Ein Geistwesen dematerialisiert sich und, äh, ja, da fährst du einfach durch und es passiert nichts. Und, äh, wenn du dann, äh, gegen die höheren Wesen aus dem Kusulu-Mythos kämpfst, glaube ich kaum, dass du dich traust, da überhaupt mit dem Auto erstmal hinzufahren. So wie so ein schöner Actionfilm, weißt du, so den alten Citroen irgendwie auf, äh, Tempo 45 beschleunigt und dann, ähm, ja, einfach Backsteine unten aufs, äh, Pedal legen und dann aus dem Auto rausspringen. Ja, genau. Und, äh, danach guckst du und hast einen zerbeulten Citroen und, äh, der Werwolf ist richtig sauer. Ja. Wahrscheinlich kannst du auch nicht mal abhauen, dann stehst du dann nämlich mit deinem Latein, ey, dann, dann ist es vorbei. Ja, genau. Ja. Nachdem wir alles ausgewürfelt haben und wir quasi in die nächste Mission ja gehen, ne, dazwischen kannst du ja neue Leute anheuern, du kannst ja deine, ähm, deine Sachen wieder, äh, ich sag mal, äh, was ausgeben, vielleicht, dass du, dass du irgendwelche Ausrüstung kaufen kannst. Mhm. Wenn du jetzt dann ins zweite Spiel reingehst, so nach dem Motto, dann hast du ja innerhalb deines Buches, hast du ja in den Missionen drinstehen, was du ja auch für, für Figuren brauchst. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über die, die Figuren an sich denn reden und so weiter und so fort, weil ich glaube, so Figuren, so aus den 20er Jahren, die gerade so vielleicht für dein Spielsetting gedacht sind, ähm, hätte ich jetzt einfach mal so die pauschale Behauptung in den Raum gestellt, dass das momentan, finde ich, relativ schwer ist, solche Figuren zu finden. Ja, also es ist tatsächlich, äh, da hab ich mich auch schwer getan, ähm, ich hab mir damals viele von Copplestone tatsächlich geholt, äh, äh, Foundry hat auch so die ein oder andere Figur, wo man sagt, Mensch, die passt ganz gut. Ähm, ansonsten, klar, also es gibt dann so den einen oder anderen, äh, der mit einem 3D-Drucker vielleicht gut bewandert ist und, äh, eine STL-Datei findest. Aber das ist mir bei, äh, meinem neuesten Projekt jetzt für dieses Jahr 2024, ähm, aufgefallen, dass es da ansonsten wirklich sehr, sehr dünn ist. Und, äh, da hab ich mich jetzt tatsächlich dran gemacht, also für das neueste Projekt, äh, selber, äh, Figuren herstellen zu lassen, weil's tatsächlich für die 20er Jahre nicht so viel gibt, wie ich eigentlich gedacht hätte, obwohl's ja eigentlich, ähm, doch das ein oder andere Cthulhu-Spiel schon mal gegeben hat, meine ich. Also wurde mir jetzt im Nachhinein auch oft gesagt. Und, äh, ja, also ich hab mich damals tatsächlich bei Copplestone sehr stark bedient, ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, so als kleinen Teaser. Demnächst gibt's natürlich auch andere, äh, Möglichkeiten aufgrund meines neuesten Projektes, äh, auch die Modelle dann dafür zu verwenden. Hm, wollte ich grad sagen. Da kommen wir nachher nochmal eben drauf, ähm, wenn du uns nämlich darüber eben kurz berichtest, was es denn damit auf sich hat. Ähm, für die einzelnen Mission, ähm, schlägst du da irgendwie was vor, was man an Gelände vorhalten sollte? Ja, also ich geb immer, ähm, also ich beschreib immer so ein bisschen die Mission, dass man dann so weiß, okay, was es da gibt. Aber ich schreib jetzt nicht hart vor, äh, man muss zehn Häuser hinstellen und, äh, fünf Grabsteine oder, äh, einen großen Turm oder sonstiges, sondern es wird immer so die Mission als solches, äh, beschrieben. Und da kann man schon ganz gut ableiten, okay, bin ich jetzt eher mitten in der Stadt? Es spielt halt eigentlich alles in und um Hamburg. Und da bin ich jetzt zum Beispiel auf dem Friedhof. Und dann kann ich mir das Gelände so passend gestalten. Wichtig ist, 80x80 Zentimeter, ähm, damit das halt auch wirklich, äh, schöne Spiele sind, wo es sehr schnell, sehr hart zur Sache geht und man kann sich trotzdem da, äh, ja, eine Stunde dran, äh, ähm, beschäftigen an einer so einer Mission. Kommt immer drauf an, wie hart halt auch der Gegner ist, ne? Mhm. Ja, hätte sein können von wegen, sodass man da auch irgendwie, ähm, wo du sagst, ich brauch ganz dringend für die dritte Mission brauch ich einen Bauernhof oder irgendwie so was. Ähm, stellt man einen Bauernhof auf oder irgendwie solche Geschichten. Deswegen kam ich da gerade drauf, ne? Also, ne? Ähm, wie sieht denn das aus mit den Gebäuden, ähm, kann man die betreten und kann ich dann da drin suchen und, ähm, ja, wenn da zum Beispiel so Geisterwesen sind oder sowas, dass die durch Wände laufen können und so? Ähm, durch Wände laufen? Nein. Wir haben es aber tatsächlich so gemacht, dass wir so einige Gebäude, äh, ich hab zum Beispiel damals viel von Foreground gehabt und, äh, gut, hab ich auch immer noch einiges von. Ja, super, ja. Dass man natürlich auch in den Gebäuden, äh, tatsächlich, äh, auch innerhalb der Gebäude spielen kann. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil diese, diese Foreground-Geschichten, ähm, das waren damals, also, als sie auf den Markt gekommen sind, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war, das war der Shit, ne? Also, die haben so geniale, geniale Bausätze. Ich weiß gar nicht, gibt's die überhaupt noch? Nee, Foreground ist damals, glaub ich, äh, tatsächlich in der, äh, in der Pandemie sind die, glaub ich, drüber gegangen. Ich mein, gut, die sind echt, äh, wenn ich das richtig zusammenkriege, äh, der Brexit hat die hart getroffen, dann kam, äh, Covid dazu und dann plötzlich hieß es, nee, Foreground, äh, ist Feierabend, äh, was ich sehr schade fand. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, Foreground war natürlich auch immer schon ein bisschen kostspielig, ne? Also, ja. Da konnte man schon ganz gut Geld lassen, aber, wie gesagt, ich hab auch einige Gelände von denen, ja, aber ich mein, es gibt dann TT Combat oder, 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 also, es gibt ja doch noch einige andere gute Hersteller. Äh, so ist es nicht. Aber cooler wär's eigentlich, wenn man dann irgendwann mal wirklich die Hamburger Speicherstadt so ein bisschen selber gebaut hat, aber wer weiß, vielleicht krieg ich's ja dieses Jahr hin. Phil, da könnten wir wahrscheinlich, äh, Michael, Martin mal einen Aufruf starten und sagen, Michael, mach doch mal so eine, so eine Front wie, äh, in der Hamburger Speicherstadt. Mach mal. Ja, da gibt's dann direkt, äh, nächste Woche ein Video zu oder so. Das wär doch was. Ja, ist jetzt eher unwahrscheinlich bei dem Aufwand, den man da betreiben muss. Will ich gar nicht wissen, wie viele Steinchen er dafür, ähm, aus, äh, aus, äh, Hartschaum schnippeln muss mit seinem, äh, mit seinem Hartschaumschneider. Also, das ist wahrscheinlich, alleine das dauert schon eine Woche, bis man da genug Backsteine zusammen hat. Also, ich glaub, ich würd da auch eher auf eine Strukturrott zurückgreifen, also. Hätt ich jetzt auch fast gesagt. Das, das hätt ich jetzt auch fast gesagt. Weil das wird auf jeden Fall funktionieren, ne? Ich stell mir das ganz gut vor, wenn du dann so, was ich, dann in der Mitte den Kanal hast, auf, äh, ähm, auf den gegenüberliegenden Seiten hast du dann so zwei Blöcke von, von diesen Häusern. Und, äh, die sind jeweils mit Brücken miteinander verbunden. Und du hast ja auch Boote in deinem Spiel zum Beispiel, die man ja super dann nehmen könnte. Ähm, also, da könnte man sich ja dann halt auslassen, ne? Also, ja, ich sag mal, bis du Taktiker hast du noch ein bisschen Zeit, André. Ja, nur auf der Taktiker werde ich tatsächlich was anderes präsentieren. Da bringe ich diesmal nicht Tor zur Welt mit. Ähm, das hatte ich vor, ja, letztes Jahr war ich ja nur als Besuch an da. Da hat das leider nicht, äh, geklappt mit dem Präsentationstisch. Äh, vorletztes Jahr war ich, äh, mit Tor zur Welt und Bloody Kiss ist mit beiden tatsächlich da. Da hat mich der Manuel echt super unterstützt. Ähm, das ist auch mittlerweile ein fester Bestandteil von Phantasmos. Ähm, mal ohne Manuel würde ich das gar nicht alle hinkriegen. Die ganzen Testspiele, die tausend Ideen, die er immer dann noch wieder reinwirft, äh, wo man dann wieder alles anfängt, umschreiben zu müssen. Äh, und, äh, der unterstützt mich auch immer dann bei den Präsentationen. Und da haben wir dann tatsächlich das, äh, verrückte, äh, äh, Projekt gestartet. So, okay, ne? Er hat Bloody Kisses vorgestellt. Ich hab Tor zur Welt vorgestellt. Wir waren alle zusammen in einem Raum. Und ich werd das nie vergessen. Wir haben da echt gedacht, so, okay, komm, wir sind einer von vielen. Ja, wenn wir so drei, vier Spiele am Tag machen, dann wär das schon cool. Und, wie viele sind es gewonnen? Ja, das war dann nachher so, ähm, der Gunnar von, äh, der Red Line, der war auch mit uns zusammen im Raum. Und er sagte dann irgendwann mal so, Jungs, ich hol euch mal einen Kaffee, ihr kommt ja hier ja gar nicht weg. Ach du Scheiße. Also, wir haben dann tatsächlich zwischendurch gesagt, okay, setzt euch schon mal hin, guckt euch schon mal die Platte an. Ich muss gerade mal wohin, weil sonst haben wir hier gleich ein Unglück. Also, die haben uns echt so gnadenlos überrannt. Es war so ein Boom, ähm, also man unterschätzt echt, wie viele Leute ja wirklich auf der Taktika immer sind. Und du bist permanent am Erklären, am Spielen. Es macht echt mega Spaß, aber damit haben wir echt überhaupt nicht gerechnet. Wir haben gedacht so, ja, komm, wenn da mal jemand vorbeikommt, wär schon cool. Aber die haben uns echt komplett, ja, über den Haufen gerannt. Einfach, weil's so viele Leute sind, die da auch wirklich sind halt, ne? Das war schon bombastisch. Ja, aber wie ist das denn dann, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt, ähm, das Spiel antesten auf der Taktika? Ähm, hab ich dann irgendwie die Möglichkeit mit dir, ähm, oder mit euch besser gesagt, vorher einen Termin zu vereinbaren, dass ich sage, okay, hey, ich bin Samstag 14 Uhr da und dann, äh, habt ihr Zeit für mich? Oder weil, ich sag mal so, ich weiß ja nicht, ähm, wie lange so eine Spielrunde geht, wenn ich jetzt unbedingt das Spiel mal antesten will, also selber spielen will und ich steh dann da und ihr habt grad ne Runde angefangen und dann, und dann wird mir gesagt, ja, du kannst mal in zwei Stunden wiederkommen, das wär vielleicht, wär, äh, da, da könnte vielleicht der ein oder andere unglückliche Mensch bei rauskommen. Ähm, ähm, gäbe es, gibt es denn da irgendwie die Möglichkeit, also bietet ihr das an, dass man sich da so, äh, vorher anmelden kann für einen Slot oder sowas? Ähm, nee, also wir machen das tatsächlich komplett ohne Slots, was wir immer gerne machen ist, also wir bieten dann so Missionen in abgespeckter Form an, äh, das funktioniert auch sehr gut, um einfach zu sehen, wie funktioniert das. Und, äh, die sind dann auch immer so gestaltet, diese abgespeckten Versionen, dass, wenn man merkt, ey, wir haben grad noch Zeit, ne, es ist gerade nicht, äh, so ein großes Gedränge, wir können gerne noch weiterspielen. Ähm, und so hat man halt trotzdem das volle Spielerlebnis, aber muss nicht unbedingt ne komplette Stunde dafür investieren, weil ich kenn das von mir selber, wenn ich irgendwo bin und, äh, aus so einer Convention, ich möchte vielleicht so viele Spiele wie möglich antesten, hab aber gar nicht die Möglichkeit, weil ich jetzt bei einem Spiel ne Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden sitze, und da find ich's immer cool, wenn man so kurze Spiele hat, so Viertelstunde, halbe Stunde, dass man da halt viel hintereinander kriegt. Äh, äh, Wermutstropfen für dieses Jahr wird aber tatsächlich sein, wir werden Tor zur Welt nicht mitbringen, weil wir was komplett Neues mitbringen und, äh, wir da schon, äh, so viele, ähm, Rückfragen zu bekommen haben, dass wir gesagt haben, wir werden uns, äh, dieses Jahr nicht zutrauen, zwei Spiele mitzubringen. Mhm. Deswegen leider, leider, wir können uns gerne über Tor zur Welt unterhalten, äh, wir werden auch, äh, ein paar Bücher mitbringen, dass man sich die mal angucken kann, äh, vielleicht noch mal ein paar Bilder mitbringen, äh, dass wir da uns wirklich gerne zu austauschen, kommt gerne vorbei, wir können gerne drüber sprechen, aber wir werden tatsächlich nicht, äh, das Spiel als solches dann halt mitbringen, weil wir tatsächlich ein, äh, komplett neues Projekt haben, ähm, wo auch ein Kickstarter zugestartet wird, und da legen wir momentan tatsächlich unseren vollen Fokus drauf. Mega geil. Ja, dann, wenn du jetzt schon so beim Thema bist, ähm, wir werden uns ja auf der Taktik auf jeden Fall sehen, das heißt also, wir kommen zwischendurch mal bei euch dann einfach mal gucken und müssen schauen, ob wir nicht vielleicht euch irgendwie eine Infusion dann irgendwie anlegen oder sowas, damit ihr überhaupt irgendwie Flüssigkeit zu euch kriegt, ähm, aber du hast es gerade schon mal... Vielleicht haben wir das Problem ja auch selber. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, also unterschätzen es dich. Also Piwi, am besten, du bringst so ein paar von diesen, ähm, von diesen Stangen mit Rollen drunter mit, wo man dann diese Beutel dranhängen kann. Ja. Ja, genau. Oh Gott, ich empfehle euch auf jeden Fall... Die wir dann verteilen können. Ja, also ich empfehle euch auf jeden Fall, nehmt Wasser mit, ähm, aber es ist einfach gigantisch. Es sind so viele Besucher da, also, ähm, auch ihr werdet so viel erzählen, äh, euch so viel unterhalten, ähm, das ist, das ist echt Wahnsinn. Das ist ein Erlebnis, also es macht echt Spaß auf der Taktika, aber abends weißt du auch, was du getan hast, sage ich mal, ne? Also, der Hals ist wund, der Hals ist rau, ähm, weil wenn man da wirklich den acht, neun Stunden Vollgas gibt, ja, macht einfach Spaß, aber ist auch anstrengend, definitiv. Ich sehe mich schon, dass, äh, Taktika Medical Team gründen, womit wir dann quasi mit so einem Notfallrucksack und Lutschbonbons und so weiter und so fort bewaffnet dann, ähm, durch die sämtlichen, äh, Aussteller durchlaufen, um denen dann einfach mal irgendwie so ein bisschen was dann irgendwie in die Hand zu drücken oder irgendwie sowas. Also, von daher... Mit einem ordentlichen Dolodobendan-Vorrat. Ja, genau. Also, ich weiß, ich hab das immer schon mal gehabt, wir bringen auch immer gerne Bonbons mit, äh, dann hab ich irgendwann die Hälfte der Bonbons selber gelutscht. Ja, das ist auch gut, das ist auch gut. Müssten wir auch überlegen, Phil, ne, ob wir noch irgendwie so eine Kleinigkeit mitbringen, ne, die man eben so wegsnacken kann. Ja, deswegen, also, nur Getränke, damit ist es ja auch nicht getan, äh, man hat ja zwischendurch vielleicht auch mal Kohldampf, aber, äh, wir werden ja mehr als genug Leute sein, ähm, dadurch, dass wir ja, äh, das nicht alleine machen, sodass man sich da sicherlich irgendwie schichtdienstmäßig, ähm, irgendwie abwechseln kann. Ich glaub, es ging ja von, äh, äh, neun bis 18 Uhr oder was? Mhm. Ja, irgendwie sowas. Ich glaub, offiziell einlass ist, glaub ich, um 10, glaub ich. Ah ja, okay. Ne, und dann bis 18 Uhr und dann, ähm, ja, und danach haben wir erst mal frei, ne, also von daher, da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Okay, ähm, abgeschweift, äh, zur Taktika. Was du aber eigentlich erzählen wolltest, André, und, ähm, das ist das, was ihr auf der Taktika, deswegen sind wir zu dahin gekommen, ähm, was ihr ja mitbringen wollt, ist euer neues Spiel. Da hast du jetzt noch eben mal so ein bisschen Zeit, um darüber mal zu berichten, um den Leuten so ein bisschen, sagen wir mal, den Mund wässrig zu machen, dass die auch dann alle zur Taktika kommen können. Ja, sehr gerne, cool. Ähm, ja, also das neueste Projekt, äh, oh Wunder, ich hab's anfangs gesagt, 20er Jahre faszinieren mich voll und, äh, ich hab da so eine Serie auf Netflix geguckt und die hat mich komplett angeteasert und schon gab's die nächste Idee. Das heißt, wir reisen in die 20er Jahre nach Liverpool und, äh, werden da harte Straßengefechte zwischen unterschiedlichsten Gangs halt ausführen. Hintergrund ist, äh, ne, in Amerika, Prohibition, 20er Jahre, wissen wir, ne, voll gestartet, Plüsterkneipen sprießen überall aus dem Boden und, ja, die amerikanischen Moonshiner kamen nicht mehr hinterher. Das heißt, der Alkohol muss irgendwo anders herkommen und, äh, was liegt da näher als, äh, direkt die Quelle, äh, in Angriff zu nehmen und, äh, Liverpool, großer Überseehafen auch zu der Zeit, der, äh, irische Whisky, äh, schottische Scotch, englische Gin, alles wurde da verschifft ab nach Amerika geschoben und, ähm, das wollen sich natürlich unterschiedlichste kriminelle Vereinigungen, äh, zu eigen machen und, äh, da spielt man tatsächlich auf einer Platte etwas größer und, äh, spielt kleine Gruppen und muss versuchen, einzelne Stadtgebiete, ähm, einzunehmen und unter Kontrolle zu halten und jede Runde wird dann fleißig Cash ausgezahlt, das heißt, man kriegt dann Spielgeld und wenn man ein volles Spiel spielt, dann hat man dann auch irgendwann die Möglichkeit, weitere, ähm, Sonderaktionskarten, äh, einzukaufen, um dann halt, äh, nochmal das Spielgeschehen zu ändern. Ähm, ja, also tatsächlich klassisch Straßenschlachten zwischen unterschiedlichen Banden und das im Stil der 20er Jahre. Ähm, also jeder, der, äh, die Peaky Blinders gesehen hat, äh, der auf Filme wie, äh, ja, die waren tatsächlich schuld, dass ich dann irgendwie sagte, so, boah, der, da musste was machen. Aber Stadtkontrolle, das geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung, so, GTA oder Mafia oder sowas halt, ne? Ja, ganz genau, also es ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, also wer so auf solche Filme steht, der Pate, ähm, ähm, ach, Mensch, jetzt fahre man die ganzen, äh, nicht ein, hier, wie hieß der mit, äh, Johnny Depp? Etwa mit den Schegeln, aber das schneide ich nachher sowieso raus. Äh, ach ne, hier, Public Enemy, wo er den John Dillinger spielt. Also wer 20er Jahre mag, äh, so diese Gangsterfilme, der wird sich bei 20s Gangs sehr, sehr schnell wiederfinden. und wir werden Anfang Februar dazu auch tatsächlich einen Kickstarter starten, weil es wird nicht nur ein Regelbuch geben. Abweichend zum klassischen Phantasmus-Format DIN A5 wird es ein DIN A4-Regelbuch sein. Hardcover. Es wird auch eigene Figuren dazu geben. Da haben wir einen Designer gefunden, der die für uns handmodelliert und der Hagen-Miniatures wird die für uns dann in Metall gießen, also das eigene Metall-Minis. Ich stehe einfach auf Metall, ich muss es einfach immer wieder sagen. Okay, die einen so, die anderen so. Ja, also ich mag die echt mega. Wir haben auch schon über eine Seocast-Variante gesprochen, wir starten aber tatsächlich erstmal mit den Metall-Minis, weil die fühlen sich für das Spiel einfach besser an. Es wird ein Spielset dazu geben mit Markern und Spielgeld und Würfeln in einer stylischen Blechdose. Es wird eigene Fahrzeuge aus dem 3D-Drucker dazu geben. Da haben wir auch einen Designer gefunden, der die dann quasi für uns designt hat. Also es wird da einiges geben und das werden wir dann Anfang Februar tatsächlich über den Kickstarter dann auch rausbringen. Und auf der Taktika hat man dann die Gelegenheit, das zu spielen. Und dann, wenn man Bock hat, sich noch dann bei dem Kickstarter mit zu beteiligen. Und vorab muss ich noch eine Lanze brechen. Wer nicht bis zur Taktika warten kann, kann natürlich auch Ende Januar zur Kiepencon nach Münster kommen. Da werden wir auch mit 20s Gangs das erste Mal sein. Oh yeah. Das ist immer die Messe gewesen, wo ich nie hin konnte, weil das genau in die Zeit reinfällt, wo wir in Niedersachsen Zeugnisferien haben und wir eigentlich immer, seitdem die Kinder jetzt in der Schule gewesen sind, immer dieses Wochenende oder diese Ferien immer irgendwie in die Jugendheberge gefahren sind. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das dieses Jahr hinkriege. Oh, schade. Ja. Ja gut, jetzt langsam kommen sie ja in ein Alter, wo sie vielleicht nicht mehr unbedingt Bock haben, mit Mama und Papa in Urlaub zu fahren. Nee, das ist ja das Geile. Vielleicht steigen deine Chancen. Meine Chancen steigen, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Ja, einfach für das Hobby begeistern, mitnehmen und dann können sie da auch spielen. So habe ich es mit meinen beiden kurzem gemacht. Das geht natürlich auch. Ja, das klappt auch nicht immer, du. Nee, das ist nicht so. Das klappt auch nicht immer. Und ohne, dass ich, also ich will dir jetzt nicht zu viel Spoiler entlocken, aber kann man jetzt aus deinen quasi, aus deinen Hinweisen entnehmen, dass der Kickstarter sich nicht nur auf ein Regelwerk belaufen wird, sondern dass auch da schon quasi eventuell die ein oder andere Mini oder STL-Datei zu erwerben sein wird? Ja, also auf jeden Fall wird's neben dem Regelbuch tatsächlich auch alles andere dazugeben. Das heißt, wir starten mit den ersten beiden Charakter-Sets. Also man hat da pro Familie oder pro Bande gibt's bestimmte Charakter, Charaktere. Es wird allgemeine Miniaturen geben, sogenannte Mafia-Soldaten, habe ich so benannt, oder aber auch Handlanger. Ähm, es wird die Möglichkeit geben, das Spielzubehör-Set auch über den Kickstarter zu bekommen und auch das erste Fahrzeug definitiv. Und wir schauen, ob wir bis dahin vielleicht noch das ein oder andere Gaming noch zusätzlich hinbekommen. Also momentan stehen wir gut unter Strom, sag ich mal. Ja, wow, das ist ja dann auch für euch als Phantasmus Studios ein ganz neuer Schritt, ne? Also weil, wenn ich das richtig verstanden habe, gab's ja bisher, klar, für Bloody Kisses gab's mal ein paar Bits, aber, ähm, dass es richtig so eine eigene Miniaturen-Range und so geben wird, das ist ja nochmal ein ganz, äh, neues Level, sag ich mal, was ihr dann damit erreichen werdet. Ja, also auf jeden Fall, das hat uns auch echt, ähm, oder, ich hab's tatsächlich am Anfang unterschätzt, muss ich auch sagen, ähm, woran man da alle denken muss. Und, äh, was da dann noch alles so zusammenkommt, äh, da war ich tatsächlich so das letzte halbe Jahr schon echt extrem stark mit beschäftigt, äh, da ist das Regelbuch schon ein Stück weit so nach hinten gerutscht, aber ich dann irgendwann merkte so, okay, du musst jetzt aber auch an dem Regelbuch weiterarbeiten, wenn das mal fertig werden soll, ähm, das ist echt Wahnsinn, was da halt alles zusammenkommt. Und vor allem, äh, gibt es dazu denn auch, äh, äh, zukünftig noch ein bisschen mehr halt tatsächlich, äh, wir haben uns auch mit Rooster Model zusammengetan, äh, der macht auch, ähm, Laser Cut, es hier tatsächlich auch passende Gebäude dazu geben, die man dann über Rooster Model dazu bekommen kann. Heißt das, ähm, ihr habt vielleicht auch Ambitionen, äh, dass, äh, aus Phantasmus Studios in Zukunft doch nochmal ein bisschen mehr wird als ein von Fans für Fans Projekt, also, äh, weil das ist ja dann doch jetzt schon wirklich ein, ein anderer Schnack, also, äh, weil ich finde gerade, wenn man sich jetzt auch mal so die Preise eurer Bücher anguckt, dann hat man schon fast den Eindruck, ihr würdet da so Spiele zum Selbstkostenpreis rausbringen, ähm, und wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, hey, wir machen jetzt ein Spiel mit Minis und mit Langzeitunterstützung, äh, da scheint ja, scheinen ja dann doch, äh, ganz andere Ambitionen hinterzustecken, würde ich jetzt mal so ganz dreist mal die Vermutung in den Raum stellen. Ja, also, es wäre schon tatsächlich cool, ähm, aber, äh, für mich ist es nach wie vor trotzdem immer noch ein Hobbyprojekt halt, ich habe auch einen, äh, Job, der mir wirklich Spaß macht, der auch sehr viel bei mir abfordert, ähm, dementsprechend, ja, wir gehen dann natürlich auch in eine gewisse Vorleistung jetzt mit diesem Projekt, äh, deswegen aber auch der Kickstarter, um ein Stück weit, äh, das Risiko abzudecken. Es soll also nach wie vor so sein, dass es erschwinglich ist und, äh, dass es tatsächlich auch weiterhin von Fans für Fans ist. Also, das soll einfach weiterhin bei Phantasmus-Tabletop-Spiele, äh, ganz, ganz oben stehen, weil, wenn man es so professionell machen will, dass man das in so eine Riesenrange rausbringt, ähm, dann musst du da auch sehr, sehr viel mehr Zeit noch reinstecken, als das, was ich ja momentan tatsächlich schon reinstecke. Und das sehe ich einfach nicht. Und, äh, ich finde, es gibt viele, viele richtig coole Firmen. Es gibt natürlich auch Firmen, die es, äh, vielleicht mit ihrer Preisstrategie ein bisschen, äh, übertreiben. Ähm, das brauche ich nicht. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ähm, ich möchte einfach Spaß daran haben. Ich macht's, äh, oder mir macht es sehr viel mehr Freude, coole Spiele zu haben, ähm, und da auch diesen Anklang zu finden, ähm, mit den Spielen, die wir da entwickeln. Ähm, also wir werden dieses Jahr auf sehr vielen Conventions tatsächlich auch sein, äh, die jetzt schon gesetzt sind. Einfach, wo viele sagen, boah, das Thema interessiert uns, das finden wir richtig geil. Und das, finde ich, ist viel wichtiger, als jetzt zu sagen, boah, wir haben da jetzt die Ambitionen, so groß zu werden, dass wir da, äh, irgendwann mal sagen können, okay, ne, da bleibt auch richtig viel hängen und, äh, wir können, äh, vielleicht sogar irgendwann mal davon leben. Wäre cool, ist aber nicht die Ambitionen dahinter. Also wir machen es nach wie vor so, dass, was wir dann einnehmen, investieren wir auch wieder in das, äh, was wir dann rausbringen. Und, ähm, wie gesagt, jetzt für 20 Scanks gehen wir natürlich auch dann ganz gut in Vorleistungen. Einfach, weil wir gesagt haben, es wäre cool, eigene Minis dazu zu haben. Gerade, weil wir festgestellt haben, 20er Jahre ist echt schwierige, was Cooles zu bekommen halt. Hm. Also was auf jeden Fall cool ist, ähm, der Manuel Hofestadt hat, äh, vor ungefähr jetzt einem Tag, äh, so, ne, wo wir jetzt die Aufnahmen ja machen, hat er ein Bild dann von euch geteilt, ähm, über Phantasmus Tabletop-Spiele auf Facebook zum Beispiel, wo die, äh, Burrow-Gang aus Chicago quasi mal so ein bisschen, äh, mit dem Alkohol-Schmuggel so direkt auf Quelle mal so gucken möchte. Und, äh, ganz, ganz stilecht mit Tommy Gans, äh, stehen sie da in ihren Anzügen in den Straßen von, äh, äh, weiß nicht, Chicago, Vororte von Chicago oder ob sie nach Hamburg gekommen sind, um da mal irgendwie was zu kaufen. Ich weiß es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus und das macht auch Lust auf mehr. Ja, cool. Das freut mich. Äh, die Burrow-Gang ist tatsächlich, äh, auch das, äh, Set, was beim Kickstarter denn auch mit, äh, sein wird. Und, äh, das Bild, was der Manuel da hochgeladen hat, da hat uns auch ein, äh, guter Freund unterstützt. Der hat die nämlich bemalt. Das ist der Florian Pietsch. Da auch nochmal. Vielen, vielen Dank, Flo. Na, also richtig geil geworden. Mhm. Na, und wie gesagt, das ist das, was es dann halt ausmacht halt, ne? Also, dass man da so untereinander sich dann da gegenseitig unterstützt. Und, äh, das ist das, was mich einfach an der Community auch dann freut. Wir werden auch mit einer Platte tatsächlich kommen. Die bauen andere für uns mit den, äh, Bauteilen von Rooster Model. Ähm, und jeder, der im letzten Jahr so ein bisschen YouTube, äh, verfolgt hat, äh, da hab ich das tatsächlich sogar mal angeteasert. Ja, okay. Okay. Ja, passt ja aber auch gut zum Motto der Taktiker, weil das ja Urban Warfare, äh, quasi ist. Also, äh, und das kann, kann man ja auch gut in einer Stadt stattfinden lassen. Also, gerade wenn wir jetzt, wenn ich mir jetzt Liverpool der 20er vorstelle, das ist ja wahrscheinlich auch sehr, ähm, stadtlastig. Ähm, und da passt das ja auch ganz gut rein mit, äh, mit eurem, mit eurem Gang-War-20s-Gangs-Spiel. Ja. Also, das, äh, das stimmt tatsächlich. Und das hab ich auch echt mega gefreut, als Frank mir dann geschrieben hatte. Ich hatte mich halt angemeldet, ne, wieder für, äh, Mensch, wie sieht's aus, ne? Können wir auch wieder einen Präsentationstisch haben? Und, äh, dann haut er das Thema raus und ich denk mir so, ja, genau meins. Wie die Faust aufs Auge, ja. Also, das passte echt so genial zusammen und das hat er dann auch sofort geschrieben und deswegen hat's mich auch echt mega gefreut, wo er sagte, ey, Junge, das, was du da jetzt schon an Fotos geschickt hast, cool, machen wir. Mhm. Und, äh, wie gesagt, also gerade mit der Platte, mit der wir denn da kommen wären, äh, ich kann's ja schon mal sagen, auch da großen Dank an Sascha, äh, von Tabletop Basement, der baut nämlich gerade an der Platte fleißig. Mhm. Ähm, das wird richtig, richtig cool. Ja, sehr schön. Ja, wir sind gespannt. Ich wollt grad sagen, also, äh, vom Tenor kann man auf jeden Fall hören, ihr, ihr kommt alle zu Taktika, wir sehen uns alle da, also, ne, ihr, die das da draußen hört, wir, die jetzt gerade diese Folge aufnehmen und dann werden wir einfach ein grandioses Wochenende haben und nur Hobby betreiben und, äh, Phil, ich glaube, wir müssen doch irgendwie gucken, von wegen, sodass wir doch irgendwie ein bisschen Bonbons mitbringen, ähm, von daher, dass die Leute da ihre Stimme nicht verlieren und, ähm, dass wir uns ein bisschen um die Leute da kümmern, so was ja unsere, unsere Aufgabe ja ist hier. Ja, und zur Not haben wir noch eine Flasche Artilleriefeuer dabei. Ja, also, von daher, das kriegen wir schon alles irgendwie desinfiziert und auch wieder abgekämpft, sodass man am, ähm, Sonntag, wenn man nach Hause fährt, auch gesund nach Hause fährt, also von daher, ähm, äh, bei uns am Stand mit den Freibäutern übrigens werdet ihr mit Sicherheit auch die ein oder andere Flasche Händedesinfektionsmittel finden, damit ihr dort, äh, einfach mal mit einem guten Gefühl auch dann wieder vom Tisch weggehen könnt, also von daher, das, äh, da dürft ihr sehr, sehr gerne Regengebrauch von machen. André, ich danke dir, dass du da gewesen bist und über, ähm, deine Spiele gerade Tor zur Welt berichtet hast und auch einen kleinen, äh, Einblick gegeben hast auf das neue Spiel, was denn da kommt und, ähm, ja, wir sehen uns spätestens auf der Taktiker. Vielen Dank. Ja, ich hab zu danken und, ja, ich freu mich drauf. Sehr gut. Phil, ähm, hast du noch eine Frage? Nö, ich wär so weit durch. Äh, ich bin wunschlos glücklich. Okay, alles klar. Gut, dann, ähm, liebe Leute, macht es gut. Das ist die erste Folge im Jahr 2024. Weitere Folgen kommen natürlich, wir haben da einen kleinen Sendeplan vorbereitet und ihr dürft sehr, sehr gespannt sein, was wir für euch dann noch da draußen haben. Und, ähm, ansonsten, wie gesagt, spätestens live sehen auf der Taktiker. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann und wo ihr unsere Folge hört. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, Moment. Ach so. Bevor wir jetzt rausgehen aus der Folge. Hast du noch was? Wir haben ja auch, ähm, ein, äh, ein Regelwerk zur Verfügung gestellt bekommen. Ach so. Was wir gerne an die Community weitergeben würden. Äh, und deswegen schreibt uns doch mal, äh, auf einem beliebigen Kanal eurer Wahl, wo ihr uns gerne schreiben wollt, schreibt uns doch mal, welchem Wesen aus dem Cthulhu-Universum ihr auf gar keinen Fall mal begegnen wollen würdet. Ja, genau. Und unter allen Einsendungen verlosen wir dann einmal das, äh, Hauptbuch-Tor-zur-Welt-Regelwerk, äh, sozusagen. Und, äh, dann könnt ihr selber auch mal voll einsteigen und loslegen. Genau. Also, macht mit, je nachdem, wo ihr diese Folge hört. Äh, markiert uns gerne in irgendwelchen Beiträgen oder schreibt uns einfach eine Mail an podcast.dysonauts.com. Dann landet ihr auch im Lostopf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wie immer. Und, ähm, ja, ihr kriegt das Buch nach Hause. Äh, kostenfrei natürlich. Und, ähm, ich lege noch das ein oder andere Lesezeichen damit bei, sodass ihr auch dann wunderbar schön im Buch schmökern könnt. Okay. Gut. Vielen Dank, ihr beiden. Und wir sehen und hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.